Hallo, ich bin Peter Erdin. Ich bin vom Neutralen Renn-Service Tete Suisse Trek und wir sind hier im Auto Nummer 3. Wir sind hinten am Fahrfeld und sind dann bereit, wenn es eine Barrage gibt in Aufstiegen, auf Pässe oder im Finale, wenn nicht alle Teamfahrzeuge die Möglichkeit haben, ihre Fahrer hinter dem Feld zu supporten. Wir haben dabei Ersatzrad, wir haben dabei ganze Velo mit verschiedenen Petalsystemen. Hier, wo wir am meisten im Einsatz kommen, ist zum Radwechsel direkt vor oder hinter Rad oder zum Verpflegen mit Wasser. Bei uns kommt jeder Fahrer vorbei, der abgehängt ist. Wir sind im Finale hinter dem Kommissar. Wir sehen genau wie das Rennen abläuft und mehr Radsport ist so als Aussenstehender fast nicht möglich.